Die 5. Verleihung des Lohmauer Zertifikats für Medienkompetenz an die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Lohmar. Und wir sind heute am 19. in Wartos zu Lohmar und dort findet diese Preisverleihung statt. Was geht an, ist meine Heimatstadt, auch wenn ich Fernweh habe. Herzlich Willkommen, euch allen. Wir haben hier im Rathaus zur Verleihung des Medienzertifikats. Das machen wir ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder auch richtig gelesen habe, zum 5. Mal, also zum 5. Jahr hintereinander. Das war nur ein kurzer Ausschnitt von der Preisverleihung. Einen Extrafilm in fast voller Länge könnt ihr hier auch bei uns in Berger TV. Die 10. Verleihung des Lohmauwer Zertifikats Vielen Dank.